Hallo und Willkommen zum Bussimulator. Wie man schon hört, ist das ein Simulator, wo man an den Bus fährt. Wir starten jetzt mal die Strecke Astra Promelade-Giriniusplatz und fahren mit dem Lions City. Ich habe dieses Spiel schon mal angespielt und habe mir viele Busse gekauft, die richtig viel kosten. Das werde ich euch noch mal zeigen. Das wird ein bisschen suboptimal. Wir fahren noch mal ein bisschen zurück. Und dann öffnen wir unsere Shop-Nob. Ist die dritte Tür offen? Wenn die nicht offen ist, dann ist es Skandal. Boah, anscheinend ist es so offen. Damit hat er bei uns eine Fakke gekauft. Dankeschön, du hast eine gültige Fahrkarte. Du auch. So, alle haben eine gültige Fahrkarte. Schön für die. Nicht schön für mich. Oh Gott. Gut, so voll stehe ich jetzt nicht hier auf dieser Fahrbahn, aber das ist schon recht krass. Warum wackelt der Aster? Okay, und wenn wir Laternen oder so umfahren, müssen wir Geld bezahlen. Habt ihr gerade gesehen, aber ich habe jetzt Minus-Geld. Also Minus-Konto stand aber. So, die noch auf. Nur noch 45 Sekunden. Die Uhr ist da unten links. So wie auch bei einer Geschwindigkeit. Man darf hier natürlich in der Stadt nur 50 fahren. Ist wie, ist halt wie in echt in Deutschland. Stand in der Stadt nur 50. So, dann müssen wir gleich am Zellermann-Forschungszentrum halten. 20 Sekunden planmäßig, planmäßiger Halt. Was ich auch komplett einhalte. Jetzt machen wir mal die Türen auf und alle dürfen einsteigen. Die Oma möchte eine Fahrkarte. Das nehmen wir natürlich an. So. Wir fahren ab fast 1.000 Euro. So gut, jetzt fahren wir zum Notspeicher. Und wir überholen hier mal ganz locker flockig mit unserem M-A-N. Das kann ein bisschen knapp werden, was da wurde, aber egal. Also, wollte, glaube ich, abbiegen. Hat das wohl doch nicht getan. So. Hier möchte keiner aussteigen. Okay. Haben schon mal manche getan. Aber eigentlich soll man hinten aussteigen. Vorne ein. Oh, du willst mehrere Standards? Du bist doch standardgroß. So, zuck, zuck. Wer hat sich viel Geld ausgeben? Wo bekommst du halt nicht so genau viel Geld? In unseren Rückspiel. Da kommt niemand. Ich bin schon. So, was ist da? Wir gehen mal ganz locker flockig an der Seite vorbei. Das ist anscheinend eine Dämmerung gerade. Jetzt fahren wir. Südspeicher. Zack. Perfektes Timing und eine perfekte Halteposition. Das macht das ganz gut. So. 20 Euro und das kostet. Einfach 4,40. Also bestimmt noch ein Fünfer oder wie? Eine Minute Zeit. Das schauen wir doch locker. Okay. Dann kommen wir mal hier an. Und halten hier. So. Also wenn du da irgendjemanden siehst, wenn ich aufziehe, wird das auch immer. Tags-Standard. Tags-Signier. Zack. Woche Standard. jetzt fahren wir mal um diese kurve rum da wird es noch richtig scharf jeweils diese kurve führt hier direkt an einem fluss entlang und da muss die kurve halt ein bisschen scharf okay ich will nicht erleben dass sie noch ein bautstein frei es gibt nämlich auch minus vertrauen wie man es nennen möchte wird ja richtig richtig viel machen in diesem bus alles was im echten bus kann ich hier alles was im echten bus kann ich auch machen das ist ganz cool steigt kein mensch ein doch eine macht sich die mühe nicht weil sie der kv wartet da sagen wir mal danke sie können die du um drei minuten zeit das ist ganz cool und die schlaglöcher überfahren ich fühle sich hier durch den kreisverkehr noch 4.000 brauchen wir uns jetzt nicht brauchen wir jetzt nicht so zu trauern haben wir noch viel money zack machen wir die türen auf auch nicht zu bezahlen ist super auch nichts zu bezahlen wo auch mehrere verkarten da muss ich aber was zurückgeben dann fahren wir mal weiter nach sie gewaltt so dann fahren wir mal weiter nach sie gewaltt also schlager erwischt kann ich fast gar nicht erst sagen ich kann sagen schlagloch hat sie fast umgekippt so jetzt hier rum ganz elegant und mit zwei minuten zeit fahren wir jetzt nach sie gewaltt stopp stopp ok gut so schon welche abkassieren sie gewaltt sie gewaltt straße kommt jetzt so jetzt hier abbiegen und sagt ganz elegant und nicht geblinkt aber ganz perfekt hier halten und dann machen wir das auch so da könnte die schlange stehen oh alter vielleicht ist die schlange ja gut bis dahin das ist dann schon mal viel jetzt fahren wir aus sie gewaltt raus und weiter nach oakville ok hier das kurzschild ok hier das kurzschild zck hier ist immer so ein langer stau das kann man halt nicht verändern woche standard die ist schon das teuerste glaube ich hier schlange hier 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Alter. Da konnte ich jetzt echt nichts. Wachen, Alter. Und Schöne lecken, ey. Mann, ey. Oh, ey. Das willst du nicht mehr. Was willst du von mir, Alter? Okay. 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 Hier halten. F1 ist eine tolle Busposition. Und eine Wiener Fahrkarte hier. Wenn da ein Auto langfährt, ey. Jetzt sind sie wirklich safe hier drin vor Autos. Oh, Mist. Die ist jetzt noch safe, Alter. Wird da jetzt ein Auto langgefahren, wäre sie wäre gestorben. Das sind blöd gelaufen. Ich zeige mir die Geschwindigkeit ganz so groß, damit ich schneller beschleunige. Bei 60 schon was. So, jetzt raus. Und jetzt schon lassen. So. Da halten wir gleich bei der Flusspromenade. Hier muss man den Autos vor der Sint 50 fahren. Das kommt dann schon bei Zimmerkollision. Passt da noch was? Wir haben 50 Sekunden Zeit. Das schaffen wir. Oh Gott. Und nur 1000. Das passt. Blinker setzen. Und schon beschleunigen. Bremsen. Zack. Halten. So, gleich kommen wir zur Arbeitergasse. Das kann mir doch egal sein. Ja, du willst auch noch reinsteigen. Dann bremsen wir mal und warten, bis es grün wird. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit, hier gleich loszufahren und dann Arbeitergasse zu halten. Das wird ein Challenge. Wunsch. Anders wird es gleich nicht. So, jetzt müssen wir. Bisschen direkt losfahren und komplett auf das Gas heizen. Denn das müssen wir schaffen. Oh, dieses Flugzeug. So, jetzt bremsen wir. Und machen die Türen auf. So. Nächste halte Stelle ist dann Fischgrund. Und viele wollen hier einsteigen. Der hat es gar nicht mehr geschafft, sich nur Fakade zu kaufen. So schnell war ich hier da. Vielleicht. Ja. Ja. Also. Äh. Das kann ich nicht zumachen. Mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott, ey. Kannst du mal sehen, was ich mit dem Verkehr hier mache. Verkehrsregeln. So. Ach Gott. Ich habe gar nichts getan. Mist. Ja, gut. Soll ich nicht schneller fahren? Schön. Okay. Bitte. Tag. Äh. Senior. Ich bin Standard. also jetzt kommen wir da ja gut ein bisschen schlecht okay jetzt weiterfahren schnell 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 ich habe keine zeit zu verlieren nur noch 20 sekunden dankeschön gut soll jetzt aber ich schaue wie krass zurzeit standard übrigens die verkanten zahlgibli bis weniger als einst geht es auch nicht also kann sie null verkaufen woche standard das gibt so viel geld nice krass ein standard jetzt fahren wir zack schön ja gut mindestens 10.000 das wollte ich haben super dann fahren wir jetzt mal schnell hier durch jetzt wollen wir aber keine Fehler mehr kriegen mit diesen kurven so können gar nicht mehr 50 hier auf dieser schnellstraße wie in der stadt erlaubt so so hier sind natürlich auch viele andere Buslinien hier also nicht viele sondern ein paar andere Buslinien die den Verkehr hier auch noch vertreten so fahren jetzt hier ganz schnell lang also hier so darf man doch 70 oder es wird kaum noch fehlen da egal dann darf man 50 da rattern wir einfach so durch oh Gott okay jetzt dürfen wir wieder schnell fahren so dann sind wir hier gleich da da Gott schön diese kommen also ich war das nicht 10.000 jetzt haben wir nix verlieren hier ne das wäre sonst ein bisschen suboptimal jetzt jetzt ich lasse dich richtig so ein Stau aufgetan gut dass ich so früh bin tut sich erst ein Stau so bei 4 Minuten richtig auf jetzt kommt so die Stau an ja jetzt tut sich der Stau so auf den Stau kenne ich der ist hier immer da ist dieses Vorsitzzeichen hier nö oh die hat keine Fakade das ist der Tuch zack Gott ist mein Trick einfach so vorbeizufahren das geht so jetzt kann ich schnell hier entlang fahren so also dann fahren wir hier zum Grenzplatz wo unsere Entstation ist dann fahren wir zur Garage und dann ist Schluss der LKW der fährt jetzt auch schneller als ich also jetzt nicht schneller im KMH sondern ich kann einfach nur schneller mit der Geschwindigkeit starten okay zu spät egal so 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 zu spät egal 1000 ist ob sache Plus. Zack. Wenn wir jetzt noch was zu bekommen. So. Ist ja noch irgendwo Müll. Da ist Müll. Was ich aufgesammelt habe. Gut. Gehen wir mal wieder zurück zum Führerstand. Wow. Teppich. Krass. Gehen wir mal wieder zurück zum Führerstand. Machen die Tür zu. Und fahren zur Garage. So. Zack. Hier laufen ungefähr alle Leute. So glaube ich. Alle Leute in unserem Bus ausgestiegen sind. Darum fahren wir jetzt mal ganz entspannt. Wenn sich noch ein Mensch umfahren. Das wäre ein bisschen suboptimal jetzt. Das kostet nämlich 20.000 Strafe. Oder 30.000. Das will ich nullprozentig erleben. so. Jetzt wird ganz lab. Wir haben die Mauer heran. Zack. Unser Motor ist ausgeschaltet. Somit gehen wir zu unserem Büro. So. Wir sehen. Wir haben gut Plus gemacht. 1.000. Nice. Mal richtig schlecht abgeschnitten. und jetzt machen wir das. Gut. Unsere Busse sind gut. Äh. Anscheinend nicht. Aber wir wollen ja nicht Multiplayer spielen. Hier sind unsere Angestellten. Bisher nur drei. Na gut. Das war's dann auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Und Ciao.